Ach ja Leute, ich liebe einfach diese Aussicht. Der Aussicht ist so cool. Links sieht man die Stadt und rechts sieht man... Keine Ahnung, was das eigentlich ist. Irgendwie so komische Insel. Ich weiß selber nicht. Ähm, genau. Äh, ich habe jetzt hier einen guten alten Balkon gemacht. Ich muss hier noch schnell hier die Türen einbauen. So. Bam. Ich habe hier, glaube ich, auch noch Türen. Ah, egal. Äh, habe ich halt neu gecraftet. Ähm, und da oben. Ich glaube, da brauche ich normale... Schnell hier. Einfach ganz mal das Glas hier hin. Ich glaube, das passt schon hier. Wo ist Glas? Glas? Glas, zwei Glas, eins, zwei, so. So, bam, bam. Das ist hier schon hier irgendwie passen. Doch, das sieht cool aus, doch. So, die Ender zurückgebe ich hier wieder rein, falls ich Türen hier brauche. Und, ähm, ihr könnt nicht unbedingt in den Kommentaren schreiben, was ich hier noch reinbauen soll. Ich könnte in der Küche oder was ich immer hier machen. Einer hat auch geschrieben in der Küche. Ich habe es unbedingt in den Kommentaren. Und habe ich euch eigentlich schon gezeigt hier, äh, ihr geht nur so auf hier. Äh, aber da muss ich kurz abbauen. Ich glaube, ich muss das ja abbauen. So, äh, und geht diese Draptor nicht auf. So, jetzt geht es hier auf. Ich glaube, ich habe euch das noch gar nicht gezeigt. Ich lasse, ich lasse einfach die Draptor weg jetzt. Ähm, hier oben habe ich nämlich ein Bett hier drinnen. Ist doch ohne ausgeleuchtet mehr oder weniger, aber es wird schon irgendwie passen. Und, ja, eigentlich wollte ich heute erkunden gehen. Aber ich will mal, äh, so einen guten alten Wilhelm-Marie-Dino wieder rüber schauen. Und einer hat auch gesagt, ich soll hier wieder, äh, in den Dings schauen, in den Brief Custardino. Äh, und ich glaube, hier ist noch nicht wirklich viel Neues gekommen, ja. Äh, und genau, ich habe hier, äh, bei der Stiege, oder wie soll ich sagen, bei der Mine hier, äh, waren wir nicht folge, folge unten, checkt unbedingt rechts, unbedingt die folge, folge aus. Ähm, da waren wir nicht meinen hier in der Mine. Da habe ich hier mit Endesheim, Polished Inneside und hier sicher richtig fancy Stiegen gemacht. Und wer weiß ich, weil ich muss mir gleich essen, ah, okay, ich habe eh noch Schnitzel, ja. Dass ich weiß, man kann in Minecraft hier einfach, äh, wenn man hier leer, dass er viel schneller die Stiegen hochkennen ist, hier so. Genau. Äh, könnte ich noch zwei Fackeln hier so platzieren, nice. Jetzt gebe ich da schnell die Trap Dory, die Dino rein, so. Äh, so, die Trap Dory, wo gebe ich die Trap Dory hin, genau da. So, dann gehe ich jetzt zum Wilhelm-Marie-Dino rüber. So, genau. Ähm, nämlich, äh, will ich wissen, was Neues gibt. Irgendwie ist das Gefühl, er singt wie wieder, wie so ein News-Dings, der Wilhelm. Er sagt mir immer, äh, was er neu gibt und, ja. Vielleicht könnten wir eigentlich, ich nehme gleich die Kreditkarte mit, weil, äh, einer hat mich geschrieben, du kannst immer ein bisschen auf die, aus dem Konto-Pakt draufgeben. Und, das hat die nicht merken, die von der Bank, das nicht merkt, dass ich, äh, so viel Geld habe praktisch. Und, ja, dann gebe ich ein bisschen hoch und eigentlich, äh, einer hat geschrieben, ich könnte das ganze Geld mal ausgeben, oder? Eine Zahl von Geld hier mal ausgeben. Äh, zum Beispiel einen Möbel-Shop, oder so. Ich könnte mir jetzt Möbel kaufen, und so. Das heißt, ich kaufe jetzt einfach mal Möbel. Ich meine, warum nicht hier? Weil ich eh so viel Geld habe. Ich habe richtig viel Geld. So, dann gehe ich erst mal zu dem, ähm, guten alten Geheimbunker, oder der Wasserkuppel, oder was auch immer hier das ist. Ähm, wo ist denn die Wasserkuppel, 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 wo bist du? Wo ist die Wasserkuppel? Ich glaube, die war hier irgendwo. Alle weiter drüben. Ich gehe mal hier runter. So, ah, genau, hier ist die, okay, 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 okay. So, dann, äh, genau, hier ist die. Dann gehe ich hier nämlich runter, ähm, genau. Weil hier unten ist nämlich mit Geld vergraben, wer es nicht weiß, ähm, das Geld habe ich nämlich hier unten vergraben, irgendwo da, glaube ich, oder? Äh, genau da. Genau, da ist nämlich richtig viel drin. Ich habe jetzt nicht, ich kann eigentlich die diesen, die Emeraldos hier, ähm, mitnehmen und nach Hause nehmen. Die waren eh nicht so wichtig. Ähm, ich könnte, äh, okay, ich glaube, ich nehme die 500-Dollar-Scheine, äh. Ich glaube, ich zolle gleich viele, ich nehme gleich alle 500-Dollar-Scheine, das passt schon irgendwie. Dann glaube ich, äh, glaube ich, dass ich das hier schnell wieder zu sah. Ja, ich will irgendwie schauen, äh, dass ich hier, ähm, nämlich mein Modify-Things-Tool hier crafte. Nämlich will ich hier irgendwie, ähm, Kreditkarte praktisch überall, so ein Wireless-Things oder Wi-Fi oder kann man, wie das heißt, das Dings craften praktisch. Kann ich nicht irgendwie eher, ähm, Kreditkarte. Kann man, ich schaue auf jeden Fall nächste Folge, äh, dass ich hier so ein Wireless-Things mit der Karte hier machen kann. Eigentlich Wireless praktisch hier, ähm, das, ähm, Zeug hier auf mein Konto geben kann, mein Geld. Ähm, genau. Also gehe ich jetzt hier mal schnell zum Wilhelm-Maridino und schaue, was hier das News-Center zu sagen hat, oder auch, wie auch immer der Typ hier heißt. Oh, und gehe ich jetzt zum Wilhelm-Maridino, Wilhelm, äh, so, ich gebe noch schnell ein radikales Saar. Wilhelm-Maridino, was ist das zu sagen? Gut, dass ich da bin, okay, gut, dass du da bist, okay, ja, gut, dass ich da bin hier. Ähm, wir haben jetzt Leute, die bei der Polizei arbeiten, okay. Der Polizeichef heißt Rupert. Rupert ist ein komischer Name, egal. Ähm, er ist eine Person, die sich leicht verärgern lässt. Also pass bitte auf, wenn du ihn besuchen gehst. Okay, äh, okay, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ähm, ach ja, äh, hast du das Holz, was ich dir vorgestern gegeben habe? Ich lege jetzt einfach bitte in den Chest hinein. Äh, die Belohnung liegt im Item-Frame. Dann gebe ich sie mal, äh, mein, äh, ich glaube 19, nirgends sowas waren das. Und was machst du hier? Äh, lol. Er hat uns einfach einen Name-Tag gegeben. Also, wahrscheinlich weiß er davon, 100%. Okay. Äh, okay, die haben es immer noch repariert. Aber, ähm, die Polizei ist jetzt im Shop und scheint. Hier hat auch keiner was gekauft. Genau, ich könnte jetzt hier ein bisschen was beim Bankkurs hier reingeben. Ein bisschen, äh, S-Dings hier. Ah, so. So, ähm, manchmal, keine Ahnung, was soll ich denn da machen? Äh, plus 500, plus 500, plus 500. Ich mache jetzt so auf 10.000 oder so. Doch, mehr manchmal nicht. Das heißt, es ist obvious. So, lass mir mal. Tschüss beim Bankkurs, bitte. Äh, so. Ich hoffe, okay, hier hätten wir auch kein Dings, äh, keine Ahnung, äh, Brieferi Dino geschrieben. Äh, so, was mit dem hier? Der ist wahrscheinlich wieder oben, der gute alte Dings hier. Was können wir uns kaufen? Können wir das Bett kaufen? Können wir das Rollos kaufen hier? Genau, ähm, ich habe jetzt auch Emeralds, das kann ich mit dem, äh, Dings auch einkaufen. Ich kann bei denen kaufen, 1000 Euro pro Stück. Das ist einmal so, äh, 500 pro Stück. Ja, dann mache ich auch irgendwie, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4 mache ich. Das heißt, ähm, vier solche Sofas. Rollos, 10 Euro pro Stück. Ja, dann, ich gebe mir einfach Trink, gell, ich gebe mir 500. Für irgendwie, weil wir 500 sind, 500 sind, also 10 Euro, ein Stück kostet, kostet 10, nachher 500, irgendwie 50 Stück. Aber, egal, das wird schon irgendwie passen. Äh, genau, so ein Tisch kann ich mir auch noch kaufen, sowas. Genau, ich gebe irgendwie, ich gebe ihn, ich gebe ihn, ich gebe ihn, ich gebe ihn 20.000, das wird schon passen für alles. Ich nehme einfach, was ich will hier, das wird schon irgendwie passen, 20.000. Äh, hallo, wie auch immer, wie heißt das nochmal? Ich glaube, Günther, genau, Günther heißt er. Äh, oder Günther, nee, Günther, glaube ich. Äh, genau, als Sachen, die, äh, die, das Geld hier muss man noch unten hier reingeben. Das heißt, ich gebe hier, äh, da, 20.000, äh, kauft ihr was Schönes. Ähm, ja, dann gebe ich hier einfach, gebe ich mir einfach, keine Ahnung, vier solche, ich glaube, ich nehme mal gleich solche Nein-Dings mit, solche, ähm, Couches. Äh, was kann ich noch kaufen? Da, 50 eigentlich. 50, genau. Ich glaube, ich muss bald wieder aufstocken, da nehme ich auch ein paar Chairs hier mit. Ein paar Tische hier, äh, das wird ihm ja wohl nichts ausmachen, ja. So, genau. Okay, ich hätte mir einfach eigentlich das kaufen können. Ich glaube, das, ich glaube, die schon einfach besser aus, ja. Egal, das wird schon irgendwie passen hier, so 48. Ach so, und so, und da, glaube ich, komme ich mir nur einen. Äh, hier, den wollte ich auch noch, äh, hier reinmachen. Äh, so, 1, 2, so, das wird schon passen, irgendwie. Äh, tschüss, Günther, wie auch immer, äh, kauft ihr irgendwie was Schönes oder so, keine Ahnung, äh. Oh, das wollte ich nicht. Bisschen schnell wieder abbauen hier, so. So, genau, dann gehe ich mal hier zu dem Haus wieder rein, kann ich das schnell reingeben hier. Obwohl, ich glaube, ich mache einfach in der Chest, irgendwo hier ist ein Inner Chest. Ich glaube, ich gebe das ja auch hier schnell rein, mache es nächste Folge. Weil nächste Folge könnt ihr hier, äh, ganz gemütlich hier einrichten, ne. Ähm, genau, das Nebetechnik, genau, die, äh, das Wacken und alles gebe ich hier unten rein. Schön, schön hier alles verarbeiten hier. So, genau, ein bisschen Gold habe ich da noch, so. Ähm, so, jetzt geht mal, ich wollte eigentlich jetzt noch erkunden gehen. Oder genau, jetzt schauen wir mal zur Polizei, zum Polizeichef, Polizei. Ja, immer der heißt hier. Ähm, ich glaube hier, da geht auch immer alles gut ab hier. So, äh, du bist immer noch der Golf, Golf Balleridino, keine Ahnung, was mit dem hier ist. Ähm, schau ich mal hoch, ob hier wirklich jetzt schon einer arbeitet, ja. Ähm, genau, wer bist du, Rupert? Das ist ja aber irgendwie ein äußerst Dings. Äh, guten Abend, der Herr, okay. Wir haben momentan eine Ermittlung, äh, am Laufen. Es hat jemand letzte Woche in die Bank eingebrochen, okay. Ich war das nicht, Leute, ich war das nicht. Äh, der Täter wird für drei Wochen in den Knast versetzt. So, okay, ich hoffe, die finden es nicht raus, dass ich es bin. Und dann, die haben so richtig coole Rüstungen da. Aber ich darf jetzt nicht laut sprechen, sonst hört der Typ mich nicht. Hä, ich kenne mich auch. Hä, okay, okay. Ich glaube, die haben immer noch keinen eingesperrt, bis auf den einen hier irgendwo oben. Hier irgendwo war einer, oder? Irgendwo war einer eingesperrt, oder? Ich glaube, hier war irgendwo einer eingesperrt, oder? War einer eingesperrt? Nee, hier war keiner eingesperrt. Okay, ich glaube, auch wahrscheinlich halluziniert, oder? Irgendwie so, wahrscheinlich. Äh, genau. Es haben auch welche gesagt, dass ich hier irgendwie, äh, eine Villa kaufen soll, oder so. Könnte ich natürlich. Weil ich über 500, äh, 100.000 hier habe. Äh, aber... Ja, jetzt mache ich wahrscheinlich die nächste Folge jetzt schon irgendwie, keine Ahnung. Ich wollte jetzt eigentlich noch, ähm, abenteuerieren, wollte ich gerade sagen. Ich wollte hier noch, ähm, äh, hier, ähm, hier erkunden gehen. Ich fahre mal wieder zurück, äh, lage hier mal meine Kreditkarte und so rein. Und, ja, genau. Dann, äh, wollte ich noch hier erkunden gehen, weil da vorne ist nämlich zu einer Insel, die war... Habe ich nämlich noch nicht erkundet. Und, genau. Ich glaube, ich lege jetzt einfach mal hier schnell, äh, meine items wieder rein hier. Oder egal. Ich gebe die Sachen, aber ich, genau, ich brauche irgendwie ein Save. Irgendwie kann man sich doch save hier, äh, craften. Ich gebe hier meine ganzen Sachen rein. Aber momentan gebe ich dir einfach ganz schnell, ähm, so, bam. Gebe ich dir einfach ganz schnell hier irgendwie in den Chest rein. Äh, es wird schon keiner bemerken hier die Dollar. Das ist ein Name-Tick. Genau das Name-Tick. Äh, könnt ihr unbedingt auch noch in den Kommentaren schreiben, ähm, was für einen Namen das, ähm, wie ist es das, äh, das Schaf hier haben soll da unten. Und, ja, schreibt es unbedingt mal in den Kommentaren. So, dann gehe ich jetzt mal erkunden. Ich wollte nämlich noch schauen, was die Insel da vorne ist. Weil die Insel... Oh, ich bin ja fast gerade draufgetreten hier. Äh, weil die Vorurteilung ist die Insel. Ich habe keine Ahnung, was da drauf ist. Da war ich nämlich noch nicht. Ich sehe die immer so, ähm, äh, so nebenbei hier. Jetzt kann ich hier mal schauen, was hier drauf ist. Und, ja, was soll ich eigentlich noch bauen? Ich könnte ja noch ein Baumhausbaum, by the way. Schreibt mal in die Kommentare, was hier noch bauen soll. Ich weiß echt, mir fällt fast gar nichts mehr ein hier. Ich könnte ein Baumhausen, den riesigen Baum, genau im Hintergrund hier, hinter mir, genau. Über meinen Kopf hier kann ich ein Baumhaushausen drauf machen. Das wäre eine Möglichkeit oder keine Ahnung. Äh, oh. Ich sehe hier was. Halt mich gerade drauf, da sind Melonen. Und, und, ein Feuer. Okay, 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 okay. Ich glaube, da ist, das bewohnte Insel. Ich schleiche mich mal hier irgendwie vom Baum zu Baum. Aber hier ist eh viel krasser. Also ich kann eh hier knapp drangehen. Der hat ja auch, wie auch immer das ist, hat er auch irgendwie hier, äh, irgendwas angebaut. Was auch immer hier, der ist, ich, ich, ich gehe mal vor. Hallo, ist da jemand? Wer bist du? Hallo, schön dich zu sehen. Oh, es ist Leonard. Oh mein Gott, Leute. Okay, okay, okay. Oh, ich sehe irgendwie nichts. Äh, oh mein Gott, es ist Leonard. Äh, habe echt nicht geglaubt, dass du hierher findest. Ich wohne seit ein paar Tagen hier. Ich habe hier ein kleines Lager aufgebaut. Ach ja, ah, lol. Seit ein paar Tagen erst? Okay, deswegen habe ich hier kein Haus erst gesehen. Ich arbeite, ich arbeitete als Wissenschaft, achso, ach klar, ich komme aus dem südlichen Westen. Ach ja, äh, ich arbeite als, ich arbeitete als Wissenschaft damals. Damals, als ich noch jung war. Die Zeit vergeht einfach so schnell. Ja, das stimmt eigentlich wirklich. Die Zeit vergeht so schnell eigentlich. Äh, ich will demnächst, ich will demnächst ein großes Haus bauen. Ich will nämlich die guten alten Zeiten wieder erleben. In dem, in dem ich Versuche mache. Könntest wir, äh, doch bei den Versuchen helfen, oder? Ja, ich könnte natürlich helfen, irgendwie. Okay, ich kann mich hierher rausbettigen. Ähm, genau. Oh, okay. Ja, ja, ich kann dir helfen. So, was auch immer das ist hier. Das ist irgendeinander Bock. Egal. Ähm, okay. Das ist Stone Knopf. So, dann gehe ich hier wieder, ähm, zurück. Äh, ja, ich bin das. Hallo, ist da jemand? Ähm, genau. Dann gehe ich hier wieder zurück, aber gut. Ich glaube, ich nehme gleich ein paar Melonen mit. Wenn ihr ein paar wachsen, ne? So, ähm, so, jetzt essen ich noch ein bisschen was. Eigentlich fahre ich dann wieder nach Hause. Und das war es eigentlich wieder für die Folge. Dann fahre ich dann auch mal nach Hause. Dankeschön. Also, eigentlich pflanzt, glaube ich, direkt die, ähm, Melonen Redinos an. Nämlich, ähm, bringt zwar nicht so, bringt zwar nicht so viel Essen, aber es geht. Also, eigentlich, eigentlich ist es gut, ja. Außerdem war schon Melonen auch so zum, ähm, zum, äh, wie heißt das, dekorieren oder so gut aus, finde ich. Ich muss ja auch so rumfahren, äh, weil hier, ich muss ja unbedingt auch so ein, ähm, wie heißt das, so ein Steg bauen hier, vor meinem, vor meinem Weg hier. So, ähm, genau. Äh, wenn ich doch mal irgendwie meine jetzt gehen soll oder so, dann zack, das ist unbedingt Bescheid. Äh, wo kann ich die mal Melonen Redinos anpflanze? Ich pflanze hier auch random irgendwie, da eine, ähm, da eine. Oh, es war jetzt nicht, zwar eins zu viel, oh, ich war, er war wieder fast draufgetreten. Aber egal. Äh, so, dann leg ich hier schon noch schnell, äh, meine, gutes, altes, äh, Weizen hier ein, ähm, pflanzen, genau. So, ich weiß nicht, kann man eigentlich so ein Egg schmelzen? Oh, hier ist noch mein Eisen drin, da fällt mir drauf. Äh, kann man? Nee, kann man nicht, okay. Okay, äh, wäre cool gewesen hier, äh, so, Essen, genau, Eisen und, oh, oh, äh, Goldnucket, man schmilzt das Gold, oh, Goldnucket, okay. Okay, das ist ein anderes Goldnucket. Das ist jetzt ein richtiges Goldnucket, das ist ein normales Goldnucket. Ich gebe mal das Eisen wieder rein, so. So. Äh, genau. Wow, ich habe hier noch einen Ventilator, NBT, was auch immer, NBT heißt. Wo kann ich denn hingehen, ich gebe mal hier hin, weil es ist echt heiß im Zimmer. Also generell, es ist echt heiß bei uns. Jetzt hat irgendwie 35 Grad letztens gehabt, führt es auch irgendwie geregnet oder so. Ist bei euch auch zu heiß, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, mir ist es so richtig heiß, so ein richtig Sommerding schon. Und wann habt ihr eigentlich Sommerferien? Ich habe, glaube ich, nix, äh, ich habe, ich habe jetzt noch nächste Woche, Schule, nach, habe ich eigentlich schon Sommerferien. Und in den Sommerferien kann ich auch, äh, mehr Livestreamer und so, mehr Fortnite spielen oder, also immer Livestreamer, Master Builders, Bad Wars, was auch immer. Ja, lasst ein Like und ein Abo da für mehr Minecraft, Bad Wars, mehr Minecraft Aquana. Und, ja, lasst ein Abo und ein Like da für mehr Minecraft Aquana und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ich das Schafe hier nennen soll. Ich habe ja jetzt den Index bekommen. Und ja, lasst ein Abo und ein Like da und ciao. Bis zum nächsten Mal.